Herzlich willkommen zu einer Folge auf einer kleinen Mitarbeiter Satoshi. Er macht jetzt zwei Supportgespräche und ihr könnt wie immer abstimmen ob er angenommen werden soll Und dann würde ich sagen, ich muss den ersten rein und dann geht's los. So, hallo Finn. Hallo. Brauchst du Hilfe bei etwas? Ja. Was hast du denn für ein Problem? Also, ich kann nicht auf den Server aufschauen. Hm, dann müsstest du die Version vielleicht checken oder Minecraft neu starten. Oder vielleicht auch, wenn es dann immer noch nicht geht, nochmal vielleicht den PC neu starten. Das habe ich aber schon gemacht. Dann, das hast du schon. Hm. Das ist schon ein Problem. Ja. Ich könnte dir dann später vielleicht nochmal schreiben oder sowas. Schreiben? Und ja, wenn wir dann eine Lösung für das Problem haben. Weil mir jetzt, wo du das schon gerade gesagt hast, mir fällt nicht wirklich mehr ein. Kann man da nicht jetzt was machen? Gibt es da nicht eine Möglichkeit oder sowas? Also, mir würde gerade keine Möglichkeit einfallen. Nein? Ne. Ist vielleicht jemand online, den man fragen könnte? Hm. Ich schau mal. Scheint nicht so zu sein. Aber es müsste eigentlich schon dann demnächst jemand kommen und wenn, dann würde ich auch vielleicht den Admin noch helfen. Okay, danke. Gut, dann tut mir leid. Äh, ich, ja. Äh, ich sag dir dann. Dann wann wird denn das was? Nachher? Ja, also, es wird nicht länger als eine Stunde dauern. Okay, super. Gut. Tschüss. Dann tschau. Danke. Ja, okay. Es war schon mal ein Netz. Ähm. Aber du hättest vielleicht fragen sollen. Dann wieder auf den nächsten rein. Äh. Hi. Hallo. Ähm. Ich hab folgendes Problem und zwar, ich spiele öfters mal mein City und spielst du eigentlich gerne. Ja. Und einmal als ich auf den Server gekommen bin, da waren alle meine Items im Inventar weg. Was könnte man denn da machen? Hast du auch einen Beweis, ob das wirklich deine Items waren? Ähm. Ja, hab ich. Welchen denn? Ähm. Ich hatte mal ein Video aufgenommen und da hatte ich halt meine ganzen Items im Inventar. Könnte ich dir dann ein Bild von schicken? Okay. Okay. Dann, ähm. Ähm. Hast du gerade die Zeit, das zu tun? Ähm. Jetzt gerade? Leider nicht. Aber ich könnte es demnächst mal machen. Okay. Ähm. Dann hattest du vielleicht noch irgendeinen Beweis, damit es vielleicht jetzt schon... Äh. Leider nicht. Leider nicht. Hm. Welche Items wären das dann? Ähm. Also, ich hatte auf jeden Fall, ähm, Eisen-Stuff, also Eisenschwert und halt Eisenrüstung. Und noch so ein paar Kleinigkeiten, die jetzt aber glaube ich nicht ganz so wichtig sind. Und Diamanten hatte ich auch. Äh. Ist das Video zufällig auf YouTube? Ähm. Ähm. Nein, das habe ich noch nicht hochgeladen. Oh. Ähm. Ähm. Kannst du... Kannst du... Also, kannst du mir dann, wenn es dann wieder geht, dann schicken. Und dann, äh, dann könnten wir es dann vielleicht klären mit deinem Item. Okay. Okay. Gut. Dann, ähm, mach viel Spaß beim Spielen und, ähm, ja. Dir wird dann noch geholfen. Okay. Vielen Dank. Warte einfach nur ein bisschen. Ah. Also, ja. Aber wenn du dann kannst, schick dann einfach das Video. Jo. Tschüss. Ja. Tschüss. So war das schon mal besser. Yes. Da unten ist ja grad mal Leute. Okay. Ähm. So, halt einfach dann... Was war denn? Du hast ihn jetzt darauf hingewiesen, dass er dir einen Screenshot schicken soll. Jetzt... Du kannst theoretisch dann noch fragen, ob er, äh, sonst noch ein Problem hat. Sonst noch... Ob den sonst noch... Ah, stimmt ja noch. So ein Problem. Und... Ja, sonst einfach sagen, schick mir den Beweis dann. Und dann geb ich die Items wieder. Ja. Sonst... Hab ich aber. Ja. Das war ja gut. Und wenn nicht, dann sag einfach, wenn nicht, dann... Ah, noch einen schönen Tag. Man sieht sich. Gut. Dann, ähm, rede ich mit den anderen beiden nochmal. Und... Ich würde sagen, du hast es dann erstmal geschafft. Gut, Leute. Das war's mit den Videos. Ein Liken, äh... Stimmt jetzt um den Rest ab, ob er genommen werden soll oder nicht. Und dann würde ich sagen, hau rein und tschau. Bis zum nächsten Mal. Sag ja! 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 Sag ja!